Dankeschön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns, dass wir von dir wieder gerne mit dir mitteilen. Euer wieder Teuner, möchte ich wieder freuen, ob ihr uns für diese Götze in den Subscriber-Dunion anklickt, wenn ihr das nicht in der Hand fährt. Wir haben auch eine WhatsApp-Nummer. Schreibt es dir mal ab. Dort uns mal was schreiben, dort uns mal eine Audio-Schecke, vielleicht Bilder oder Videos. Ganz kurz, uns mal ein bisschen mitteilen. Wir wollen von dir mit dir mitteilen, dass wir uns als Menschen, als plottische Menschen, moeten betieren. Ich glaube, es ist so wichtig, dass du und ich unser Leben auf diese Ehe trechstelle, oder wir sterben. Es ist doch nicht so, dass Gott uns verspricht, wenn wir noch ankommen würden, dann würde er uns helfen, dass wir unsere Sünde loswerden können. Du hast vielleicht einen Klampen-Sünde, wo du dich mit dir umgeschlägt hast, vielleicht halt für viele Jahre wirst du diese Sünde loswerden. Weißt du was, ich habe 20 Jahre mit meiner Sünde mir umgeschlägt. Ich wüs bloß nicht, wie ich dort alle kon loswerden. Mir wäre so sehr schieswürdig. Wenn ich von einem Christenlied-Programm tregehe, oder wenn ich eins mal hat, ein Sünde Zeugnis geheht, dann plottet mir das in mein hart zu sein. Weihens, ich wüsste, dass du aber in mein hart zu sein dunkel und düster wär. Andere Menschen wüsste auch wie viel Sünde ich in meinem Leben umgeschlägt habe. Aber weißt du was, Jesus wüsst alles, und ich weiß das von dir auch noch. All die Sünde, die ich verstehe, die will ich eins von einem löswören. Und ich versucht das auch selbst zu tun. Ich versucht auch in Schmacken zu leben. Und das hält mir alle nichts. Ich habe keine Ruhe. Ich habe kein, kein Goudetje feil in mein hart. Ich will eins, weil ich diese ganze Liste mal lössehne. Wie möchte ich uns zu Jesus betieren? Nicht zu dir, wie möchte ich uns zu Jesus betieren? Markus 1, Vers 15, da sagt er so, Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe. Von dir ist die Tietje gekommen, Gott sind recht, es ganz dicht bei. Weißt du was Gott sind recht ist? Dort ist von dir, und ich war im Himmel entkommen. Oder für die ganze Welt, da nicht war Gott noch voll, für die, wo er dann Tietje in der Halte sein. Dort wäre es sehr wichtig, dass wir von dir auch mal eine Entscheidung machen, für uns zu leben. Wenn Jesus uns wahrer und wahrer sei, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Dötig noch Gott bekehre, geläuft an der rettende Botschaft. Jesus sind Wut, heute hat uns die Botschaft gegebt, was uns rade wird. Nichts anderes wird uns rade, als bloß Jesus. Jakobus 1, Vers 21, deshalb trennt euch von aller Schuld und von allem Bösen. Wir sollen uns von aller Schuld tränen. Von aller Böse sollen wir uns tränen. Vielleicht hast du irgendwo in deinem Leben, so ja viel schlechte Sache. Das weiß bloß keiner nicht, dass du diese Sünde hast. Du glaubst, dass du die Kost verstärken für die Menschen. Und das kostet vielleicht auch. Aber für Jesus kostet dir nichts für Stärke. Keine von deinen Sünden sind verstärken. Jesus weiß das aller, das ist das ganz klar. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an. Dötig mal wellig annehmen diese Botschaft. Dötig mal wellig. Dötig mal endlich mal aufs Neues gehen. Oder die mal feld Gott behe. Und sag Gott, hier sehe ich. Dit sehe ich. Und ich mag immer sagen, dit ist etwas kloser. Diese Sünde habe ich getan. Und ich werde Gott tun mir was für jeden. So hat ich wohl ein Leben mit dir getan. Die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Gott hat in unserem Charpa einen Samenkorn angelegt, dort wie keine gerät wurde. Ich habe uns angespannt und uns steupert viel weit wie, dort wie man nach Gott kommen. Ich sage, sie hat die Kraft euch zu retten. Die kleine Kuren, die Jesus in uns harten angelegt hat, der ist so stark. Jesus ist so stark. Die kann uns raten. Jesus sind sehen, Gott sind sehen, Jesus. Die kann uns raten. 2. Chronik darf ich verschnen. Denn der Herr, euer Gott, ist gütig und barmherzig. Gott, uns Gott, der ist gnädig und barmherzig, er will, dass wir raten werden sollen. Er wird sich nicht von euch abwenden. Gott wird sich nicht von uns abwenden. Er wird immer weiter, wenn ihr ankommen. Wenn ihr zu ihm kommt, dann sagt Gott, das ist Gott, sein Wolle mich nicht abwenden von dir. Ich war wach du mit den Miet haben, wo ich deine Sünde vergeben. Trennt euch von Kolosser 3, Versch 5, sage ich das so. Trennt euch von sexuelle Unmoral und Ausschweifungen. Nicht nur andere Fürst schicken, nicht nur andere Miales schicken. Jugendliche, post ab, was die mit sexuellen Sachen worden doen, so dass du rein bleibe, so dass du kannst ein helles Leben für Gott leben. Und wenn du gesündigt hast, dann komm Jesus und her wird ich verjebe. Kolosser 3, Versch 5, sagt auch von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier. Von Leidenschaften und Lastern. Weil ich kratze, wenn ich das lesen und in Sünde lebe habe. All der Last was ich hat. Stille und grünlich soll ich gottig sein. Ich will die ganze Sache los werden. Auch Habgier. Und jetzt werden viele Minister, viele von unseren Männern nicht wollen bloß aufgeschrieben sein. Die geht bloß um Geld. Geld ist ein Götzen. Das sagt Kolosser 3, Versch 5, die den Besitz für das Wichtigste hält. Weil die den Geld das wichtigste möcht in dein Leben und ihn zu ihrem Gott macht. Wenn du den ersten Platz möchtst, in dein Leben, dann wartet den Gott. Dann lässt du das Geld dein, nicht Gott. 2. Petrus 3, 9. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass euch nur einer von euch verloren geht. Gott hat Geduld mit uns. Das sagt er uns, he will nicht einer von uns verloren geht. Haben wir nicht einen guten Gott dort ist so barmherzig als über uns. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Und jeder soll gelähnt haben, sich Gott zu Gott bekehren. Hast du dort alle Däune in Leber Töcher? Hast du die Gott bekehren? Nicht die Gemeinde, nicht die Prädias, nicht die Älter, nicht die Kinder. Hast du die bekehren Gott? Wenn du dort nicht Däune hast, dann wirst du nicht im Himmel kommen. Apostelgeschichte 3, 19. Jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu. André und Jiselle sind nur Gott wendet. Gott wacht auf dich, damit er euch die Sünden vergibt. Dort sagt uns Apostelgeschichte 3, 19. Damit er euch die Sünden vergibt, die nur Gott wendet, sodat heute die Sünde verjewelt hat. Lukas 13, 3. Ihr ehrt euch, wenn ihr euch nicht zu Gott hinwendet. Apostelgeschichte 3, 26. Gott hat Jesus seinen Diener zuerst zu euch geschickt, nachdem er ihn in diese Welt gesandt hatte und ihn beauftragt, euch zu segnen. Gott hat uns seinen Sehen gejewt. Dort hat uns sehen. Dort hat ihr Leben nicht angegeben. Dort hat Gott seinen Sehen gejewt. Dort euch alle Menschen können geraten wollen. Alle Jans werden ankommen. Es ganz frei. Es alle betont. Apostelgeschichte 3, 20. Er wird euch helfen, umzukehren von dem der Gott die war anrede dort zu den. Er war von dem war mit open hängen oder die. Wenn das ein Video nicht gekickt hat. Mein lieber Bruder, mein lieber Zester, mein lieber Tröger. Wenn die heilige jäste hat angered. Dann du mich doch dem je voll. Frau Gott hat moel, Frau Jesus hat moel, hat die die zinde vergeben will. Er wird die anbude. Er wird die halbe voids, dass du nie mit Jesus anfangen. Das wird nicht perfekt sein, aber es wird ein Leben sein, was du für Jesus leben, für immer und immer, für alle Ewigkeit, wirst du mit Jesus leben können. Er loopt die von der war in, um zu prüven. Verzüge doch, mein lieber Thöger, so dass du und ich eine Bruder am Zester im Haan worden. Wie wünsche dir und deine Familie noch einen schönen Tag mit Jesus.